Hey ihr lieben Wesen! Ja, ich habe lange nichts von mir hören lassen auf diesem Kanal. Das letzte, was ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist ein Video, was im Sommer rauskam, in dem ich gesagt habe, dass ich eine kleine Sommerpause brauche, weil mir alles zu viel war. Und das war auf jeden Fall eine gute Idee, denn der Sommer war extrem wild und lang und schön und bunt und jetzt bin ich im Winter angekommen und freue mich, ja, Teile des Winters mit euch zu verbringen. Wie es hier auf dem Kanal weitergeht, das seht ihr in den kommenden Wochen und Monaten, da möchte ich noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich bin jetzt erstmal hier, um euch zwei wichtige Dinge zu sagen, auf die ich mich total freue und steht nämlich ein wildes, aufregendes Wochenende bevor. Die erste Sache ist, dass am Freitag mein Album rauskommt, das heißt Abandoned Abundance und das gibt es am Freitag zu bestellen in physischer Form, es ist wahnsinnig schön, aber mehr dazu erzähle ich euch in einem anderen Video. Was jetzt für mich erstmal noch an allererster Stelle steht, ist euch zu sagen, dass am Sonntag, am kommenden Sonntag, das ist der 26. November, kommt ein neues Musikvideo raus und zwar ist es für einen Song, den nur die Wesen kennen, die mich schon live gesehen haben, alle anderen kennen den Song auch nicht. Und der Song heißt, so wie das Album Abandoned Abundance und ist quasi der Titelsong des Albums. Und das Video kommt am Sonntag raus, so wie wir es gewohnt sind, um 21 Uhr und es gibt einen Livestream dazu, hier auf diesem Kanal. Das Musikvideo kommt auf dem Musikkanal raus und auf diesem Kanal hier, auf Love, Light & Spices, gibt es einen Livestream, so wie in alten Zeiten. Der beginnt um 20 Uhr, wir streamen also hier gemeinsam eine Stunde, ich werde pünktlich sein und um 21 Uhr gehen wir gemeinsam rüber zur Premiere und schauen die, so wie wir es immer gemacht haben. Der Chat zum Livestream ist in der Tasche, den Link zur Tasche findet ihr hier in der Beschreibungsbox und ihr könnt auch jetzt schon anstellen für die Premiere, damit ihr die nicht verpasst, falls ihr Angst habt, die zu vergessen, dann werdet ihr beispielsweise automatisch erinnert. Da folgt ihr den Link auch hier in der Videobeschreibung, da steht irgendwie zum Video oder sowas. Dann könnt ihr schon mal das Titelbild sehen und ja, da seht ihr dann die Premiere und könnt dort euch erinnern lassen, schon mal ein Like oder einen Kommentar da lassen und dann geht am Sonntag quasi der Vorhang hoch. Da freue ich mich schon total drauf, ich bin so aufgeregt, es kam schon eine ganze Weile lang kein Musikvideo raus, das letzte war im Winter und ja, dieses Musikvideo, ihr werdet es vielleicht erkennen, wenn ihr das Foto seht, stammt aus einer ganz besonderen Zeit und wartet und reift schon sehr lange. Und ja, ich freue mich, dass ihr es jetzt endlich, endlich bald sehen dürft am Sonntag. Ja, und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wo ist sie? Ist sie in Norwegen? Was ist das für ein Häuschen? Ja, das ist mein kleines Winterdomizil und ich hoffe, dass ganz viele von euch mir auf Instagram gefolgt sind, wie ich es angekündigt habe, habe ich ganz viel dort geteilt und geteilt, wo ich diesen Winter verbringe und was es hier für ein Raum ist und ja, vielleicht kennen einige von euch auch diesen kleinen Überwurf hier von meinem kleinen Sofachin. Kleine Müh ist auch da, da sitzt sie. Und ja, ich freue mich euch in den kommenden Wochen ein bisschen zu erzählen, wie es mir geht, was ich so mache. Aber für die Wesen, die das nicht mitbekommen haben, die nicht auf Instagram sind, könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr dort seid, ob ihr alles mitbekommen habt oder ob ihr mich einfach mega lange nicht gesehen habt. Und ich freue mich vor allem auch, Videos mit euch zu teilen, die ich über den Sommer gesammelt habe. So wie die Sonnenstrahlen von Frederik der Maus habe ich den ganzen Sommer über die schönsten Momente für uns eingesammelt und freue mich, die im Winter gemeinsam mit euch Revue passieren zu lassen. Und es kommen auch im Winter ganz spannende Sachen auf uns zu. Ich habe ganz viele Dinge, die ich teilen möchte mit euch und ich freue mich schon total. Ja, jetzt sage ich erstmal bis ganz bald. Ihr bekommt schon vor Sonntag noch ein neues Video von mir. Ich glaube, am Freitag, glaube ich. Dann melde ich mich nochmal bei euch. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag um 20 Uhr zum Livestream, um 21 Uhr zur Videopremiere. Link dazu in der Infobox. Und ja, bin ganz gespannt von euch zu lesen, wie es euch ergangen ist. Habt ihr mich vermisst? Habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich weg war? Freut euch, dass ich wieder da bin? Wart ihr auf Instagram fleißig dabei? Und wie geht es euch? Wie ist es euch ergangen? Freut euch auf den Winter? Habt ihr es schön? Habt ihr es warm? Seid ihr glücklich? Und ja, ich freue mich, euch ganz bald zu sehen. Und ich sage bis bald. Habt's schön! T hunting, ich sehe mich ganz bald. Vielen Dank.